Willkommen zurück. In diesem Video dreht sich alles um das Thema Integralfunktion. Dafür ist auch dein Wissen über das bestimmte Integral gefragt und darüber, wie man gewisse bestimmte Integrale auch ohne Hauptsatz ausrechnen kann. Nach diesem Video kannst du dann mit der Funktionsgleichung einer Integralfunktion gut umgehen und grundlegende Eigenschaften der ersten Integralfunktion auf diesem Arbeitsblatt mit eigenen Worten beschreiben und begründen. Also gut, der Graph einer stückweise linearen Funktion f ist im Intervall 0,9 hier rechts dargestellt. Die Funktion f mit der Vorschrift f von x ist gleich das bestimmte Integral in den Grenzen 0 und x von f von t dt ist im Intervall 0,9 definiert. Eine Funktion mit so einer Vorschrift nennt man auch Integralfunktion. Als erstes stellt sich jetzt die Frage, was sollen wir mit so einer Funktionsvorschrift anfangen? Das probieren wir am besten einfach aus, indem wir für x ein paar Werte einsetzen. Und das machen wir aber mit System und zwar anhand dieser Wertetabelle hier. Also, der erste Arbeitsauftrag ist nun, vervollständige diese Wertetabelle. Pausiere dafür kurz das Video, nimm dir ein paar Minuten Zeit und dann sprechen wir über die Ergebnisse. Also gut, ich habe in der Zwischenzeit ebenfalls die Wertetabelle ausgefüllt und ich bin auf diese Funktionswerte hier gekommen. Gehen wir noch schnell gemeinsam durch, wie wir diese Funktionswerte bestimmen können anhand von ein paar Beispielen. Schauen wir uns als erstes zum Beispiel an, was passiert, wenn wir für x 1 einsetzen. Also betrachten wir als erstes F von 1. Das entspricht dann genau den bestimmten Integral in den Grenzen 0 und 1 von f von t dt. Das ist ja dann genau einfach der Flächeninhalt unter dem Graphen von f im Intervall 0,1. Das bedeutet, F von 1 entspricht damit genau dem Flächeninhalt dieses kleinen Rechtecks hier. Und der ist ganz einfach 2 mal 1, also 2. Ähnlich ist es bei F von 2. Das ist dann der Flächeninhalt unter dem Graphen von f im Intervall 0,2. Also der Flächeninhalt dieses Quadrates hier. Ganz gleich geht es mit F von 3. Ein bisschen vorsichtiger müssen wir sein bei F von 4, denn jetzt kommen nicht zwei ganze Kästchen hinzu, sondern nur ein ganzes und ein halbes. Das bedeutet, F von 4 ist dann damit 7,5, wie wir drüben in der Wertetabelle sehen. F von 5 ist dann damit 8. Jetzt kommt nur noch ein halbes Kästchen dazu. Und 8 entspricht jetzt einfach insgesamt dem Flächeninhalt dieses ganzen Trapezes hier. Gut, und jetzt wird es besonders spannend, denn jetzt hat f eine Nullstelle und ist danach negativ. Und jetzt müssen wir uns daran erinnern, dass uns das bestimmte Integral einen orientierten Flächeninhalt liefert. Das bedeutet, dass die Flächen, die jetzt hier unterhalb der x-Achse dazukommen, nicht dazu addiert werden, sondern jetzt eigentlich abgezogen werden, weil sie ja dann ein negatives Vorzeichen haben. Das bedeutet, dass die Fläche dieses Dreiecks hier, die jetzt für f von 6 mit berücksichtigt werden muss, nicht dazu gezählt wird, sondern wieder abgezogen. Also ist F von 6 dann wieder 7,5, F von 7 damit wieder 6, F von 8 ist damit wieder 4 und F von 9 wieder 2. Also gut, als nächstes stellen wir uns die Frage, wo F jetzt den größten Funktionswert annimmt. Pausiere dafür wieder kurz das Video, nimm dir dafür kurz Zeit und dann sprechen wir darüber. Groß F nimmt den größten Funktionswert an der Stelle x gleich 5 an. Das liegt daran, dass klein f bei x gleich 5 genau eine Nullstelle hat und dass sich dann dort wichtige Dinge verändern. Denn davor haben alle Flächeninhalte, die da dazukommen, positives Vorzeichen. Das bedeutet, davor kann Groß F nur größer werden. Und hier haben dann alle negatives Vorzeichen. Das heißt, ab hier wird wieder was abgezogen. Ab hier werden die Funktionswerte von Groß F wieder kleiner. Und wenn es davor größer wird und danach kleiner, dann muss genau bei 5 ein Maximum vorliegen. Tatsächlich nimmt Groß F auf diesem abgeschlossenen Intervall auch ein Minimum an. Das ist vorhin noch unerwähnt geblieben. Und zwar an der Stelle 0 ist der Funktionswert von Groß F auch 0, denn das bestimmte Integral in den Grenzen 0 und 0 kann nichts anderes sein. Gut, und zum Abschluss gibt es noch einen letzten Arbeitsauftrag. Und zwar skizziere nun rechts den Graphen der Funktion Groß F im Intervall 0, 9. Nimm dir dafür noch einmal ein paar Minuten Zeit. Ein kleiner Hinweis. Arbeite mit der Wertetabelle auf der linken Seite. Pausiere kurz das Video und dann am Ende vergleichen wir noch unsere Graphen. Ich habe damit begonnen, dass ich die Wertepaare von hier hier rechts im Koordinatensystem mit diesem Kreuzchen veranschaulicht habe. Und dann ist mir aufgefallen, dass die ersten vier Kreuzchen hier alle auf einer Geraden liegen. Das ist tatsächlich kein Zufall. Das muss sogar so sein, dass die Stammfunktion von klein f hier in diesem Intervall 0, 3 stückweise linear ist. Warum das genau so sein muss, darüber werden wir später noch genauer sprechen. Für uns ist jetzt wichtig, dass der Graph von Groß F hier dann eine Gerade sein muss. Ganz ähnlich ist es dann im Intervall 7, 9, hier nur fallend. Und besonders spannend ist es im Intervall 3, 7, denn hier hat der Graph von Groß F einen Parabel für einstürmigen Verlauf. Also in diesem Abschnitt scheint Groß F stückweise quadratisch zu sein. Auch das muss so sein und auch darüber werden wir später uns noch ein bisschen genauer unterhalten. Na gut, jetzt haben wir in diesem Video schon viel geschafft und im nächsten Video geht es weiter.